Hallo und herzlich willkommen auf meinem Video-Channel Borgi Tech. In dem heutigen Video geht es mal wieder um das Familienprojekt Meerwasser-Aquarium. Und ich möchte euch etwas zu meinen Wasserwerten sagen. Die waren ja im letzten Video ein bisschen schlecht geworden oder haben sich verschlechtert. Ich hatte irrtümlicherweise auf meine Aktivkohle getippt, die meinen Phosphat, Nitrit und Nitrat verändert haben. Da habt ihr mich eines Besseren belehrt. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber ich möchte euch in diesem Video etwas zeigen oder unboxen. Das möchte ich euch zeigen. Da unten steht das gute Stück. Der ReefMate 500 von Red Sea ist gekommen. Gleich hier mit zwei, viel aus wie Klopapier. Zwei Fließfilterrollen. Eine ist dabei, zwei sind extra. Ich habe das nur mal kurz aufgemacht, einen Blick reingeworfen. Mehr nicht, ich habe es noch nicht ausgepackt. Das wollte ich gleich mit euch gemeinsam machen. Also ein, auf Neudeutsch, ein klassisches Unboxing-Video von diesem ReefMate. Ich will versuchen, ihn zumindest außerhalb vom Aquarium in Betrieb zu nehmen, um ihn zu testen. Wenn das funktioniert, ist der nächste Schritt aber auch im nächsten Video der Einbau. Also, wer sich dafür interessiert, dranbleiben. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Allererstes auf mein letztes Video zu sprechen. Da habe ich das Problem geäußert, dass ich doch ein bisschen Probleme mit meinen Wasserwerten habe. Mein Phosphat, Nitrit und Nitrat war alles gar nicht mehr vorhanden, gar nichts mehr drin. Ich hatte im Prinzip das Gefühl, ich hatte totes Wasser. Und meine Korallen haben mir das Gedanke, indem sie sich zurückgebildet haben. Ich habe auf die Aktivkohle getippt. Ihr habt mich eines Besseren belehrt. War wieder goldrichtig, was ihr gesagt habt. Die Aktivkohle nimmt kein Phosphat aus dem Wasser. Das wäre ein Träumchen für viele. Ist nicht. Also, das Grund lag so ein bisschen woanders. So richtig genau sagen kann ich es nicht. Eine tippt auf dieses, andere auf jenes. Ich tippe auch so ein bisschen auf mein Glasrosenproblem, was immer noch besteht, obwohl ich diese Garnelen eingesetzt habe. Da werde ich jetzt mit anderen Geschützen auf die Glasrosen losgehen. Ist aber ein anderes Video. Ja, was ist, wie sieht es aus? Ich hatte ja angekündigt oder gesagt, dass ich meine Futterzufuhr verstärken werde. Das habe ich gemacht kurzfristig. Ich habe mich auch wieder zurückgezogen. Und den Skimmer habe ich trockener gestellt. All diese Maßnahmen hatte ich für ein paar Tage gemacht und meine Werte sind angestiegen. Phosphat, Nitrit, Nitrat, alles Bräumchenwerte. Die ganzen Wasserwerte sind phänomenal. Außer ich hatte kurzfristig, was war das, ein Ammoniak, einen zu hohen Wert. Aber da bin ich sofort durch Gegenmaßnahmen, habe ich den wieder senken können. Und zwar habe ich den Skimmer wieder schön feucht gestellt. Die Futterzufuhr sofort wieder auf normalem Niveau. Und dieser Ammoniak-Wert hat sich wieder in einen fast nicht nachweisbaren Bereich reduziert. Also meine Wasserwerte sind absolut in der Norm ein Träumchen. Was habe ich noch gemacht gehabt? Und zwar habt ihr mir einen Tipp gegeben. Wie gesagt, ein Tipp von euch hat mir geholfen. Und zwar, ich habe Jod. Das erste Mal Jod in mein Becken gegeben. Von Microbelift. Kann ich euch zeigen, wie das aussieht. Übrigens, so sieht es bei mir aus. Jetzt muss die Kamera mal wieder ein bisschen den Farbabgleich durchführen. Das macht es mittlerweile sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie da softwaremäßig was geändert haben. Aber auch meine Ödophilia vorne alles super. Also es wird alles wieder besser. Es ist noch nicht perfekt. Aber ja, was man schlecht gemacht hat, kann man nicht innerhalb von 2-3 Tagen wieder verbessern. Aber was ich mir zugelegt habe, ich hatte euch gesagt, dass ich in meinem Aquarium Microbelift All-in-One eingesetzt habe. Das hatte ich abgesetzt und das habt ihr kritisiert. Ich sollte unbedingt dieses hier weiterverwenden. Das verwende ich jetzt auch weiter manuell, weil meine Förderpumpe hier drin dafür sorgt, dass ich immer genügend Wasserhärte habe. Dafür dosiere ich dieses Microbelift jetzt wöchentlich nach. Steht auch so in der Anleitung. Das mache ich. Und dieses Jod hier, das dosiere ich täglich. Gibt es hier eine kleine Kappe voll. Bestimmte Menge, wie der Hersteller es empfiehlt. Dosiere ich nach. Und zwar von Microbelift, Jod und Bromid. Jod, Bromid Zusatz. So sieht die Verpackung aus. Hat sehr gute Bewertungen bei Amazon. Benutze ich jetzt. Und seitdem, innerhalb von zwei, drei Tagen, hat sich sofort was verändert. Im Aquarium, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Polypen von der Lithophilia, gleich weiter rausgekommen. Meine Pilzkoralle im Vordergrund, die hat sofort reagiert. Die Polypen sind dann deutlich raus. Vorher konnte man sie nur so als Pflaumen erkennen. Und jetzt sind sie schon, ja, ich möchte mal sagen, so lang raus. Und die färbt sich auch jetzt wieder. Dieses Sattgrün kommt zurück. Die Farben kommen zurück. Also, ich glaube, ich hatte einen Nährstoffmangel. Ein Nährstoffproblem. Und das habe ich jetzt wieder, ich hoffe, in den Griff bekommen. Aber darum geht es jetzt nicht in diesem Video. Es geht darum, dass ich euch, da unten steht da, den ReefMate 500 zumindest auspacken will. Ich will das schöne Wetter auch natürlich irgendwo genießen. Aber dennoch möchte ich euch auf dem Laufenden halten. Ich zeige euch mal, wie es bei mir aussieht. Und meine Family hängt da in der Hängematte. Der Kleine spielt auf der Wiese. Und da hinten, der Landwirt hat Heu gemacht. Dank Klimaanlage ist es hier 24 Grad. Perfekt fürs Aquarium und für einen selber auch. Also, fangen wir mal an und packen das gute Stück aus. Jetzt nehmen wir das Ganze mal hier auf den Tisch. Die Übungsaufgaben für den Kleinen beiseite. Das hier ist das zusätzliche Vlies, was ich mir gekauft habe. Beim ReefMate 500 ist eine Rolle dabei. Da kommt man, ich denke mal, da komme ich so drei Wochen mit hin. Drei, vier Wochen. Ich weiß nicht, wie der Verschmutzungsgrad von meinem Aquarium, was er ist, oder wie viel da rausgezogen wird. Das richtet sich so ein bisschen nach dem Fischbesatz und so weiter. Ich habe mir gleich zwei Rollen gekauft. Eine Rolle liegt, glaube ich, so bei 14 Euro. So, und jetzt mal den ReefMate. So sieht das gute Stück aus. Ja, hier auf der Verpackung ist ein bisschen beschrieben, wie er aussehen soll. Es gibt im Übrigen von diesem Hersteller eigens ein Video, wie man das gute Stück zusammenbaut. So, das hatte ich mir schon mal angesehen. Und auch eine Bedienungsanleitung, wie man das Technikbecken unten im Aquarium entsprechend anpasst. Ja, das ist da in dem Video auch beschrieben. Da gibt es auch nochmal ein extra Video zu. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wenn ihr euch sowas bestellt, wie sieht das Ganze aus. Also, wie gesagt, ich stecke es nochmal drauf. So sieht es hier aus. Und was ist das denn eigentlich? Power, ich denke mal, da ist ein Netzteil drin. Gehen wir das dann mal runter. Und hier haben wir das gute Stück. Ups, ich glaube, ich nehme den mal so raus. Wow. Wow. Was haben wir noch hier drin? Eine Verschlauchung. Was haben wir denn hier drauf? ReefMate Drive Unit. Mit Drive-Antriebseinheit. Wahrscheinlich Motor, den man irgendwo dran schicken muss. Wahrscheinlich. Dann haben wir hier den Schlauch. Der kommt an das Ablaufrohr vom Aquarium, was ich einkürzen muss. Dann haben wir hier, ach, da gibt es so Füße, um den entsprechend hoch aufzustellen. Was haben wir noch? Und hier ist wahrscheinlich die Adaptierung um diesen Schlauch mit dem Rohr von meinem Aquarium. Und zwar, ich kann euch das mal zeigen. So sieht das ja hier aus bei mir. Ich mache mal das Licht an. Dieser hier, dieser Bereich, der wird komplett rausgeschnitten mit dieser Trennwand. Hier vorne ist eine Glaswand. Die wird einfach rausgeschnitten. Einfach mit einem Cuttermesser die Silikonenverklebung lösen und dann das Ganze rausnehmen. Und in diesem Bereich hier drin steht dann der ReefMate 500 und der Schlauch kommt hier vorne dran. Das Rohr muss irgendwo auf dieser Höhe gecuttet werden. Dann kommt dieses Adapterstück da drauf, wo dann der Schlauch unten hier reinläuft. Hier läuft das Wasser aus dem Becken hier unten rein. So viel weiß ich schon. Und hier vorne kommt es wahrscheinlich raus. Was weiß ich. Whatever. Aber hier kommt das Wasser rein. Direkt von diesem Überlauf. Da muss ich abschneiden. Dieses hier muss ich entfernen. Und wenn ich das dann gemacht habe, kann das Ganze hier rein. Und dafür ist dann dieses Teil, was dann hier vorne draufkommt, das ist auch Klebstoff drin, um das Ganze zu verbinden. Aber ich habe auch richtigen Kleber für diese Kunststoffrohre. Aber vielleicht sollte ich auch diesen nehmen. Was weiß ich. Ich nehme den, weil sonst habe ich vielleicht ein Problem mit der Garantie. Whatever. So sieht das gute Stück aus. Darum geht es ja. Oben haben wir hier noch was drin. Oh ja, hier ist noch etwas. Ach, ein Sensor. Der kommt hier oben irgendwo dran, um den Wasserstand zu überwachen. Ich mache das heute alles mal so ein bisschen händisch hier. So sieht das gute Stück aus. Hier ist die Anleitung. Können wir mal schauen, wie gut ist die gemacht. Es gibt einen englischen Bereich. Der zweite ist wahrscheinlich ein deutscher Bereich. Ah, siehe da. Ach, und dafür sind diese kleinen Kondome, die man sich über die Finger streift, um dann das Ganze hier mit Klebstoff zu versehen. Ah, cool. Also, ihr seht schon, fangen wir mal an. Gehen wir mal zu dem Anfang. Also, eine ausführliche deutsche Anleitung ist dabei. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Komplett mit Explosionszeichnung, wo was hingehört. Damit kann man sich relativ schnell eine Übersicht verschaffen, wie das Ganze zusammenkommt. Ja, und dann Seite für Seite beschrieben, wie man das Ganze montiert. Hier ist das nochmal zu sehen mit diesen Füßen, die da drunter kommen. Dann gibt es natürlich den Einlassschlauch, wie der montiert wird. Da ist das Ganze nochmal erklärt. Hier dieser Bereich mit dem Überlauf, was ich euch gerade erklärt habe. Wie das Ganze funktioniert. Wie man das Ganze machen muss. Und dann wird hier einem erklärt, wie man das Ganze ins Becken baut. Allerdings hat man hier nicht erklärt, wie das in Verbindung mit meinem Aquarium funktioniert. Das ist explizit nochmal auf deren Homepage geschrieben. Ich habe ja das XL 300 von Red Sea und mit dem entsprechenden Technikbecken. Und da ist auf der Homepage beschrieben, wie man was wegmachen muss, damit dieses Teil hier hineinpasst. Aber ansonsten alles, die Steuereinheit, alles genauestens beschrieben. Wie das Ganze funktioniert, einschließlich dem Vlies, wie man das auf diesem Gerät einfädelt. Guckt euch das an. Genauestens beschrieben. Mit Bildchen, wie das Ganze vonstatten geht. Aber auch dazu gibt es ein YouTube-Video von dem Hersteller. Hier noch Betrieb. Eine Beschreibung. Wolle, Überwachung, Einstellung, Löschen, Blablabla. Fließmantel von Aufwicklung entfernen. Ach hier, hier wird sogar beschrieben, wie man ein aufgewickeltes Vlies entfernt. Und ja, die Anleitung kann ich jetzt schon mal sagen, aus meiner Sicht, ups, aus meiner Sicht echt vorbildlich gemacht. Jetzt ist es natürlich, jetzt kommt natürlich die große Frage aller Fragen, ups, dieses hier muss man dann hochziehen, glaube ich. Und da, ja, wie das Ganze funktioniert. Hier hat nichts mit Gewalt oder so. Ich muss mir das genauestens anschauen, wie das Ganze funktioniert. Aber der erste Eindruck ist ja immer, der zählt. Und was ich schon mal sagen kann, da bin ich so ein bisschen, ja, das liegt an meinem Job, meinem Beruf. Man kann anfassen, du hast, man hat keine scharfe Kante hier. Alles schön verrundet. Es wirkt wertig, kein Billigschiss. Wo jetzt der eine oder andere gedacht hätte, naja, das kann doch nur Billigschiss sein. Nee, das wirkt sehr, sehr solide, sehr wertig gemacht. Riff made. Sehr schön. Hier unten sind noch ein paar Sachen drin, die muss ich noch rausnehmen. Und gut ist, das machen wir jetzt mal. So, wir öffnen mal das Teil. Ich habe das jetzt gerade nochmal ausprobiert. Und das geht relativ einfach. Griff nach oben ziehen. Und dann einfach, ich müsste mir mal ein Stativ besorgen. Und schon habe ich die Rolle in der Hand. Und hier kann ich natürlich jetzt die Sachen, eine weitere Klopapierrolle. Ach, Carbon. Zugabe für unten drin. Das Becken, die kann man nämlich noch, trotz des Fließfilters, man kann unten noch zusätzlich etwas hineingeben. Und das kann man nämlich hiermit machen. Das ist dieser Korb. Oh, Hunger. Hier haben wir Klebeband. Das ist wirklich vom feinsten. Ich schneide es mal eher die Finger auf, als dass das hier nachgibt. So, das ist nämlich dieser Korb. Dieser, ja, der kommt unten reingeschoben. Da kann ich nämlich noch zusätzlich, zum Beispiel Aktivkohle oder sowas, kann ich drin parken. Das ist, finde ich, sehr gut gemacht. Wie der aufgeht, weiß man natürlich jetzt nicht so anaufgangsiehen. Ach, hier extra für den Finger zum Reinfassen. Ja, und schon kann man den aufmachen. Und hier kann ich jetzt Aktivkohlebeutel oder diverse andere Sachen hineingeben. Und dieses Ganze kommt unten rein. Und dafür ist wahrscheinlich hier so ein Carbon-Granulat, was hier drin ist, kann man mal aufmachen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die sowas dabei geben. Schauen wir mal, was sie dabei gegeben haben. Lass uns mal überraschen. Ups. So, das ist so ein Beutelchen, was man dann, sorry Leute, so, ah, jo, das ist Aktivkohle. Und das käme dann hier rein. Dieses Beutelchen, das kann man natürlich auch mit anderen Dingen auffüllen, wie whatever, aber mir fällt jetzt nichts anderes an, wie Aktivkohle. Hier rein, zu, da drin befindet sich jetzt die Aktivkohle. Und die kann dann zum Einsatz kommen. Oh, jetzt habe ich überall dieses Zeug. Und das auf meinem frisch geschliffenen Tisch. So. So sieht es aus. Da haben wir schon schwarze Finger, ne? Stellen wir mal hier drauf, das soll hier uns nicht alles dreckig machen. So. So sieht es aus. Jetzt müssen wir natürlich als nächstes, ging, glaube ich, dieses hier oben einfach rumzudrehen. Und dann konnte man, oh, seht ihr, ohne Anleitung. Schon habe ich das Ganze herausgenommen. Das Ganze kommt dann hier oben wieder rein. Wird verriegelt. Es geht wirklich so leicht, wie es im Video beschrieben ist. Hier kann ich das hier reinstecken. Hebel hoch und rastet ein. Verriegelt. Das Ganze wird dann in mein Becken eingehangen. Hier unten kommt das Wasser raus. Geht direkt hier über Klamotten rüber. Ich müsste jetzt mal gucken, was haben wir denn hier drin. Ah, ja, hatte ich ja gesagt. Aber auch die 220 Volt Version. Ich muss das jetzt feststellen. Alles gut, sieht gut aus. Das Netzteil mit dem Stromstecker. Sogar mit Dichtung. Das ist mit Dichtung eingelassen. Genial. Also, von dieser Seite her schon mal. Das ist dieses typische, das man heutzutage öfter sieht. Ein Netzteil für unterschiedlichste Stromnetze. Einfach den Stecker wechseln und schon passt das. Das habe ich auch schon von anderen Herstellern gesehen. So, jetzt haben wir noch hier, den hatten wir gerade schon mal gehabt. Das ist dieser Sensor. So, kein Teppichmesser, sondern Kinderschere. Leicht auch raus. Muss hier nur was Scharfes haben. Du müsstest sozusagen die Antriebseinheit, die den ganzen Kram bewegt, drin sein. Jawohl. Das sieht gut aus. Ah, ja. Wow. Jetzt mal ehrlich. Das Ding sieht doch echt hammermäßig aus. Echt cool. Jetzt ist für mich die Frage, wie wird denn der eingehangen? Hm? So? Nee. Das muss ich gleich mal nachschauen. Hier kommt mit Sicherheit einmal der Sensor drauf und einmal die Stromversorgung. Stromversorgung kann nur dieser hier sein. Alles ohne Anleitung lesen. Typisch Männerseite. Also, jetzt ist der Sensor. Der kommt so. Also, die Verarbeitungsqualität von Red Seed kann ich bis jetzt wirklich nur sagen. Tippi, tippi, toppi. Kann man nicht meckern. Ich muss hier mal ein bisschen Kabellänge geben hier. Ups. Andere Richtung. Brillen. So. Ups. Was ist denn das? Doppel Treffer hält besser, anscheinend. Okay. Die Richtung. So. Jetzt müssen wir nur schauen, wie kommt diese Einheit, diese Einheit jetzt hier oben dran. Das riecht ganz klar danach, dass das hier reinkommt. Jetzt ist nur die Frage, wie rum. Das ist auch geklärt. Durch diese Aussparung kommt das hier rein. Hier vorgesteckt. Und schon sollte das richtig sein. Weil so rum kann es nicht. Es geht nur so rum dran. Okay. Ich werde dafür einfach mal die Zahnräder herausnehmen. Werde den einhängen. Und dann kommen die Zahnräder wieder drauf. Und dann sollte das so weit montiert sein. Man kann das so, wie das aussieht, auch tauschen. Man kann dieses Ding hier rausnehmen. Das ist nur eingesteckt. Wenn man aus irgendwelchen Gründen den andersrum braucht. Ich brauche den so rum. Hier soll das Wasser reinlaufen. Dann wäre es eigentlich besser, wenn ich auf der Seite den Motor hätte. Also tausche ich das gleich mal um. No? Machen wir doch. Also. Leichter geht das gar nicht. Ist sowas von selbst erklären. Ich habe dieses hier rausgenommen. Die Abdeckung. Habe die auf die andere Seite gestellt. Damit ich nach vorne hin. So will ich es ins Becken reinsetzen. Dass ich hier meine Trommel reinsetze. Und hinten die Schmutztrommel aufgewickelt wird. Ich habe dann dieses hier von der Seite auf der Seite gesetzt. Hier den Motoreingang. Der wird einfach durchgesteckt. Und hiermit gesichert. Dass er nicht wieder abhauen kann. Jetzt sollte ich eigentlich hier wieder alles zu machen können. Ist eingehangen. Greift auf das Zahnrad zu. Auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Das gibt es da eigentlichen vorne und hinten. Eigentlich ist es so. Verriegeln. Ja, wenn das mal nicht genial ist. Tja. Da unten wird. Um diese Ecke wird dann das Material drum herum gezogen. Das könnte ich aber auch gleich mal probieren. Wie das geht. Und so wie ich das sehe. Muss das Ding nur nach oben gezogen werden. Dann kommt das da rein. Also. Bis jetzt. Ohne Anleitung. Leute. Chapeau. Bis jetzt kann ich nur sagen. Intelligent und gut gemacht. Super gebaut. Ich würde mal sagen. Ich probiere jetzt das Ganze nochmal zu entnehmen. Und so eine Rolle Klopapier drauf festzukriegen. Okay. So. Ich habe meine beiden Zahnräder einfach wieder rausgenommen. Ich hatte das euch ja schon gezeigt. Wie das fehlt. Ich baue sie euch nochmal ein. Weil ich habe jetzt gerade rausgefunden, ohne die Anleitung zu lesen, wie das Ganze funktioniert. Also. Ihr habt das schon gesehen. Hier entriegeln. Entriegeln. Rausnehmen. Hochziehen. Entriegeln. So. Und jetzt besser. Zack. Zahnrad. Antrieb. Ein Wickel. Ding rausnehmen. Und jetzt kommt es. Ich versuche das mal zu filmen. Ich greife hier rein. Drehe hier dran. Und nehme die Einheit heraus. Hä? Wie geil ist das denn? Hier strömt das Wasser nach unten durch. Hier wird das Ganze durchgefädelt. Also. Absolut. Also. Ihr merkt es schon. Ich bin jetzt schon wirklich angetan. Weil ich liebe sowas, wenn das wirklich selbsterklärend gemacht wurde. Und das ist echt gut. Echt gut. Okay. Ich baue jetzt mal so eine Rolle auf. Ich muss mal gucken, dass ich mal mein Stativ hole. damit ich euch die Kamera irgendwo hier hinstellen kann. Ich habe jetzt mal einen Blick in die Anleitung geworfen. Weil beim Papier einfädeln könnte man ja vielleicht doch das eine oder andere falsch machen. Ich packe jetzt erstmal so eine Rolle Klopapier für die Fische aus. Verpackt ist gut. Das Ganze nochmal mit Folie. Also das hätte jetzt. Das wäre nicht nötig gewesen. Allein aus umwelttechnischen Gründen. Ich muss nicht mal eine Folie um eine Folie um eine Folie haben. Und das haben wir hier gemacht. Ich weiß nicht. Das muss nicht sein. Also. Leute von Red Sea. Nicht zu viel verwenden. So. Jetzt laut Anleitung muss dieses Ding einfach nur auseinander gedreht werden. So. Dann zieht man diese Hülse runter. Man steckt das. Ich hatte jetzt gesagt, es gab das Klopapier hier drauf. Die Hülse wieder hier drauf. Und schon ist die Rolle fixiert. Und man zieht das wieder fest. Und deswegen haben sie außen, die waren so pfiffig, die haben außen extra zum Drehen hier, damit man an eine Lelefina gut drankommt, dieses hier so gemacht. Dann kommt diese Rolle so hier rein. In dieses Gestell reingehangen. Ich nehme mal die Kamera. So. Hier soll die so reingehangen werden. Dann soll man halt so rum. Das Ganze so rum rein. Wahrscheinlich hinterher da mal Routine hat. Geht alles ein bisschen besser von der Hand. Ja, und dann soll dieses Klopapier in diese andere Rolle eingefädelt werden. Das machen wir jetzt mal. Das ziehen wir mal da rein. Ziehen das durch. Machen wir das mal so. Drehen das Ganze mal so. Hängen das hier rein. Ja, so gehört das. Und dann soll man dieses Teil hier einfach so hier draufsetzen. Hier unten wieder rein. Und festziehen. So, dass die Düsen nach unten sind. Und jetzt kommt natürlich dieses Teil hier. Äh, 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 wieso. Oh. Jetzt würde ich dieses hier, das ist nur eine Montagehilfe. So. So. Und schon wäre das Ganze montiert, meiner Ansicht nach. Und jetzt müsste es eigentlich, ja, ich hoffe, ihr habt es auch ein Video gesehen. So, das Ganze ist montiert. Hier läuft das Fließ drumherum. Das macht echt einen guten Eindruck jetzt erst mal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so richtig ist hier. Meiner Ansicht nach müsste das anders sein. Ja, das ist aber hier in der Anleitung nicht wirklich. Ah, doch da. Das muss unter dieser Rolle her. Also, dieses Papier muss hier drum. Ja. Macht auch mehr Sinn, würde ich sagen. Machen wir nochmal dazu. Die Rolle raus. Das Ding kann man wahrscheinlich auch ganz einfach rausnehmen. Steckt das hier wieder drauf. Hängt die Rolle ein. Man riegelt das Ganze. Man soll schon richtig zuklappen. Und dann fangen wir. Sollte das soweit in Ordnung sein. Und jetzt liegt das auch hier vorne. Das fließt ordentlich an. Geht hier so rum. Super. Super. Also, ich denke mal, das ist so richtig gemacht. In der Anleitung lässt sich das leider Gottes nicht wirklich erkennen. Erkennen. Zack, zack. Jawohl. Und ich bin in der französischen Abteilung. Mal gucken, ob irgendwo noch was beschrieben ist. Ah, seht ihr? Da ist das mit dieser Stange beschrieben. Die haben das sogar hier beschrieben. Das habe ich richtig gemacht. Ich muss zum Schluss diese Stange da rein, so wie ich es gemacht habe, so dass das dann auf dem Vlies liegt und somit das dann verhindert wird, dass sich das hochzieht. Das Ding ist montiert. Ich könnte jetzt hier unten noch irgendwie mal versuchen, meine Kassette da einzubringen. Dafür montiere ich mal die Füße, die ich aber eigentlich, so viel ich weiß, mit meinem Aquarium nicht brauche. Aber ich mache das trotzdem mal für euch. So. Dafür packen wir einfach mal diese Füße auf. So. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt das Ganze zusammen? Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ein bisschen komplexer, wie ich dachte. Ich glaube, da sollte ich doch mal die Anleitung zu Rate ziehen. Oder? Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Nehme. Das Füßchen hier unten drin. Ja, komm. Gibt es vorne und hinten. Ah, scheinbar gibt es vorne und hinten. Das Füßchen. Setzen wir mal hier rein. Das nächste Füßchen. Wenn man jetzt eine Hand frei hätte. Da rein. Gibt es ja Unterschiede. Groß und kleine Füßchen. Gibt es hier eins, was... Doch. Wer weiß. Jetzt befindet sich das Ganze noch auf Stelzen. Hier war so ein komisches Gummiteil dabei. Das ergründet sich bei mir noch nicht, wo das hingehört. Das kriegen wir auch noch raus. Aber was wir jetzt machen können, ist nämlich folgendes. Wir können nämlich die Schublade einsetzen. Habt ihr gesehen, wie einfach das geht? So, das mit den Gummiteilen hat sich auch geklärt. Und zwar werden die jeweils hier vorne, statt der Füßchen, kommen die hier rein. Wenn ich das so wie bei mir, wird dieser Reefmade direkt ins Technikbecken eingehangen. Und dieses hier sorgt dafür, dass der nicht so hängt, sondern hier mit diesen Gummipolstern gedämpft gerade gehalten wird. Das heißt, die brauche ich ganz dringend, wenn ich das so aufhängen will. Ich stelle sie auf den Füßen rein. Weiß ich noch nicht, was ich machen muss oder was ich machen werde. Also, die könnten wichtig werden. So, was uns aber noch fehlt, um das Ganze gleich mal in Betrieb nehmen zu können, ist dieser Sensor. Der hier muss nämlich eingehangen werden. Und zwar an einer wichtigen Stelle. Und zwar, soviel ich weiß, ich muss jetzt wieder mal meine Anleitung doch herkramen. Man möchte ja nichts verkehrt machen. Und von daher werde ich jetzt nochmal genau nachschauen. Da gibt es nämlich eine Auskehrung. Einmal hier und auf der anderen Seite. Je nachdem, auf welcher Seite man diese Antriebseinheit einbaut. Ich habe es jetzt auf dieser Seite gegangen. Daher hauptsächlich geschwungen. Ich muss jetzt den Sensor einbauen. Und das ist natürlich auch in der Anleitung super genial beschrieben. Muss man einfach sagen, ich bin begeistert von dieser Anleitung. Muss ich echt zugeben. Und hier ist es beschrieben. Da ist die Antriebseinheit. Und da hängt unser Geschlubbunzel dran. So, und das Ding soll so wie beschrieben hier einfach eingehangen werden. So, jetzt sagt mir das alles nicht viel. Drauf- und rüberschieben. Wahrscheinlich so rum. Wahrscheinlich ist es auch egal wie rum. Ja, die Nasen müssen nach innen. Dann kommt das hier so drauf. Irgendwie noch nicht ganz so richtig. Hä? Kann das sein, dass das so rumlauf gehört? Ja, natürlich kommt das so drauf. Ähm, und, ah ja. Es ist auch in der Anleitung beschrieben. Muss man ganz klar sagen. Aber auch in dem Video konnte man das sehen, dass das ein bisschen fummelig drauf geht. So. Und dann schiebt man das zu einer Seite rüber, dass der nicht mehr weg kann. Damit ist der verriegelt. Und hier hat man Sensorspitzen. Wenn die mit Wasser in Kontakt kommen, wisst, weiß der Wickelautomat, jo, Wasserstand ist hoch. Da müssen wir was dagegen machen. Und wickelt entsprechend gegen. Ja. Es sieht schon mal ganz gut aus. So sieht es auch in der Anleitung aus. Und der hat hier Pinne aus und einmal jetzt Pinne in, weil das hier abhängig davon ist, ob ich ihn auf der rechten Seite oder linken Seite setze. Aber ich würde sagen, hier vorne ist noch so eine Rastnase. Der sollte andersrum drauf. Das mache ich jetzt. So, Leute. Eingesetzt. Und hier kann man auch sehen, da ist so eine Nase, die rastet jetzt hier ein. Das Kabel geht so hier rüber. Ich habe das Ganze aufgesetzt, rüber geschoben und somit ist er jetzt hier oben auch eingerastet, sodass der nicht rausfallen kann. Und das Ganze kann nach Anleitung in Betrieb genommen werden. Natürlich fehlt jetzt noch Wasser, aber für diesen Vorabtest reicht das, glaube ich. Ich werde das jetzt mal unter Strom setzen. Ich habe das gute Stück unter Strom gesetzt. Und hier könnt ihr sehen, hier blinkt einiges. Das Ganze ist jetzt einsatzbereit. Natürlich kann man das Gerät mit seiner Red Sea-App verbinden. Dann hat man den Status, kann wahrscheinlich irgendwelche Intervallgeschichten und so weiter einstellen. Das ist aber jetzt nicht Stand dieses Videos. Dass es funktioniert, zeige ich euch. Ich kann natürlich aufwickeln. Das funktioniert. Er zieht das Vlies immer mit einmal drücken oder drücken festhalten. Dann wird es gewickelt. Ich kann das natürlich auch wieder zurückwickeln. Ups, da muss ich natürlich von Hand ziehen anscheinend. Aha. Das geht nicht rückwärts. Das wusste ich jetzt auch nicht. So. Haben wir hier schon Stau. Rückwärts will nicht. Vorwärts geht. Ja. Funktioniert. Hier knüttelt es sich so ein bisschen. Da muss ich mal schauen, was damit ist, warum das sich knüttelt. Hier muss ich vielleicht nochmal den Einsatz rausnehmen. Irgendwie ist das so ein bisschen. Oder muss ich da drunter her? Nö. Das ist alles richtig. Da knüttelt es so ein bisschen. Warum das so ist, weiß ich noch nicht. Ähm. Stopp. Ja. Wie denn Deibel so will, ich habe Montagefehler. Tja. Ich habe einfach dieses Teil hier komplett so wie es war reingestellt. Das funktioniert nicht. Hätte ich mir auch denken können, denn so machen diese Rollen hier keinen Sinn. Das heißt, ich muss das Ganze hier zwischen, muss die, muss das Vlies laufen, dann setzen wir das drauf und setzt das Ganze ein. So ist richtig. Das mache ich jetzt erst mal. So. Das Vlies. Das ist das Entscheidende. Ich nehme das mal beiseite. So. Das Vlies muss ich jetzt hier hochnehmen. Dafür ist dieser ganze Mechanismus einfach dazu da, um die Rolle hier zu parken. Das Vlies, dieses Teil ziehe ich unter dem Vlies durch und oben drüber kommt die Rolle. Das mache ich jetzt erst mal. Ich versuche das jetzt mal ohne Stativ. Vielleicht geht das so. Ich nehme das jetzt mal in den Riefmat ein. Damit ihr das auch seht. Dann kommt das hier so drauf. So. Dann geht der hier unten eingesetzt und nicht anders. So. Jetzt muss ich natürlich hier vorne an den Schikanen vorbei. So. Setze den unten ein. Ah, jetzt zieht der sich auch schon ganz anders. Setze den hier unten ein. Drehe das fest. So macht das Ganze Sinn. Jetzt klappen wir das Ganze wieder zu. Und dafür muss ich die Rolle hier anhängen. Ziehe ein bisschen stramm. Klappe zu. Bis es einrastet. Runter. Und fertig. Und jetzt probieren wir nochmal das Ganze fördern, weil gerade hat er es gezickt. Das machen wir jetzt mal, ob er die Maske jetzt gezogen kriegt. Ah. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Und wie schön gleichmäßig strafft das Ganze. Hier gespannt ist das Seht ihr schon. Super. Hier oben blinkt natürlich noch die ganze Geschichte, weil hierzu, wie gesagt, gibt es eine App, um das Ganze zu steuern. Per Handy. Ihr könnt das in euer WLAN bringen. Ey. Das Ding ist super easy gebaut. Super leicht zusammenzustecken. Bis auf eine Kleinigkeit. Das mal etwas, wie ich gerade eben hier, die Geschichte, die hatte ich falsch zusammengesteckt, muss ich ganz ehrlich sagen. So einfach geht es dann doch nicht. Aber ich finde es bis jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, das Ding macht einen echt guten Eindruck. Ich fange mal ein bisschen mit der Kamera drumherum, damit ihr das mal seht. Das ist der Reef Mate 500. So, nachdem ich euch das präsentiert habe, wie leicht sich dieser Reef Mate einbauen lässt, habe ich zwei, drei Tage später diesen Reef Mate in mein Aquarium eingebaut. Leider Gottes habe ich versäumt, darüber einen Clip zu machen. Ihr hättet auch nicht viel versäumt. Dieser Einbau geht relativ einfach. Ihr nehmt ein Teppichmesser, bringt eine Stunde Zeit mit und schneidet in Ruhe die ganzen Klebeverbindungen, so wie es Red Sea vorgibt. Zumindest bei meinem Reef Tank gab es eine Bauanleitung von dem Hersteller, wie man den umbaut. Also im Prinzip, welche Scheiben herausgenommen werden. Das hat in etwa eine Stunde gedauert, inklusive Anschluss an das Ablaufrohr. Länger hat es nicht gedauert. War relativ easy und ich habe ihn halt, wie gesagt, in Betrieb genommen, auch die App in Betrieb genommen. War auch überraschenderweise, nachdem ich das alles angeklemmt habe, sehr einfach umzusetzen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Der ist jetzt seit, ja, seit Mittwoch, Donnerstag, Freitag, oder so am dritten Tag am Laufen und ich muss ehrlich sagen, das Wasser ist glockenklar. Also so sauber habe ich das noch nie gehabt mit meiner Filter. Warte, muss ich tatsächlich sagen. Ich mache mal ein bisschen, weiß nicht, ob man das sehen kann in dem Video. Also, das Wasser ist wirklich glockenklar. Im Übrigen, die Geschichte mit dem Jod, das war wirklich auch gold, gold richtig von euch, was ihr mir gesagt habt, ein Kollege hat mir nämlich gesagt, Mensch, schau mal, ob du nicht zu wenig Jod im Wasser hast, denn das ist essentiell für die Korallen. Hat super gewirkt, seitdem ist meine Ophelia richtig kräftig. Ach, jetzt fährt meine Markise wieder zu, die Wetterstation sagt, wir könnten mal zumachen, es ist doch ein bisschen sonnig. Fährt sie zu, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da oben, hier vorne. Fährt auch dieses Rollo runter, also jetzt verändern sich gerade, verändern sich die Lichtverhältnisse. Alles automatisch, nur um hier ein angenehmes Klima im Wintergatt zu haben. Die ganze Steuerung, alles selber gebaut, funktioniert wie verrückt, aber das steht auf dem anderen Blatt. Also, das Wasser ist glockenklar. Der Einbau, ich sage jetzt mal so, ich habe viel Zeit mitgebracht, ich habe etwas über eine Stunde gebraucht, 60, 70 Minuten war die Sache gegessen, war der Drop gelutscht und ich bin es auch vorsichtig angegangen. Es gibt genug YouTuber, die das mit Brachialgewalt, mit einem Hammer, die Zwischenscheiben zerschlagen und das rausnehmen. Klar, dann hat man das Technikbecken innerhalb von 10 Minuten umgebaut, aber das war nicht meine Prämisse. Ich wollte die Teile sauber rauskriegen und ich wollte nicht einen Bruch des Technikbeckens riskieren. Also habe ich das schön vorsichtig mit meinem Teppichmesser gemacht. Und wie das Ganze aussieht, schaut, möchte ich euch jetzt mal zeigen. So schaut es gegenwärtig aus. Hier befindet sich der RiftMate 500. Wird hier oben in die Glasscheibe einfach eingehangen und diese Gummifüßchen hier unten dran sorgen dafür, dass er gegen der Scheibe gerade steht. Und das kann man relativ gut sehen, der steht absolut gerade. Und wie ihr auch schon sehen könnt, in den paar Tagen hat er schon ganz gut was aufgewickelt. Bis jetzt sind das irgendwie anderthalb Meter, die er in der Zeit aufgewickelt hat und mit so einer Rolle gegenwärtig nach gegenwärtigem Stand müsste ich ungefähr zwei, zweieinhalb Monate hinkommen. Und so sieht das gegenwärtig aus. Hier vorne, ganz wichtig, dieser Ablaufstutzen, den habe ich verklebt mit dem Rohr, mit dem Ablaufrohr. So kann ich das einfach lösen. Das war dabei. Und habe hier unten eine Schlaufe hingelegt, damit ich diesen ReefMate rüberschieben kann. Die Schlaufe hat noch einen Vorteil. Dadurch entsteht sozusagen ein Sack in dem Rohr, ein sogenanntes Siphon. Und das Plätschern hier, wenn das hier mal nicht so hundertprozentig eingestellt ist, wird deutlich vermindert, denn da steht Wasser drin. Zumindest ist bei mir so der Eindruck, dass dieses Glurks und Gluggern deutlich abgenommen hat, dass dieses sich deutlich besser einstellen lässt und somit das Ganze gefühlt, ja was soll ich euch sagen, gefühlt leiser läuft. Okay. So sieht das Ganze aus. Läuft super automatisch. Hier vorne könnt ihr vielleicht sehen, wo das Wasser steht. Im Übrigen hier ist der Sensor. Da sind zwei Kontakte. Durch das Salzwasser werden die Kontakte geschlossen. Also im Prinzip der Wasserleitwert sorgt dafür, dass dann dieser Automat weiterwickelt. So schaut das Ganze aus und funktioniert sagenhaft gut. Muss ich ehrlich sagen. Ich sehe gerade in meinem Skimmer. Da ist noch ein bisschen Silikon reingesaugt worden. Hin und wieder seht ihr das. Gleich kommt es vielleicht mal wieder vorbei. Gerade eben war es da gewesen. Ein Stück Silikon. Da war es. Da. Muss ich unbedingt mal rausholen. Ich muss den Skimmer nochmal sauber machen. Das könnte ich auch mal ruhig wieder machen. Damit der schön sauber und ruhig läuft. Könnte ich gleich mal machen. Aber wie gesagt, der läuft sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir mal zur App. Ich will die euch mal kurz erklären, wie die funktioniert. Was für Funktionen die Gegenwerte hat. Die wird wahrscheinlich regelmäßig vom Hersteller aufgebohrt, um weitere Funktionen zu ermöglichen. Aber ich finde die schon genial. Kann jederzeit von jedem Punkt auf der Erde per Handy nachschauen, wie es oben mein Reefmate bestellt ist. Ups. So, ich muss das Ganze mal versuchen, so hinzukriegen. So. 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 Machen wir das mal irgendwie so. Ich hoffe, es spiegelt nicht allzu sehr. So. Mal kurz freischalten, das Ding. So. So. Ich glaube, da spiegelt man es schon. Also. Wenn ihr die App installiert habt, dann sieht das, bei mir gibt es extra so einen Ordner nur für Apps. Und dann habe ich hier das hier installiert. Dann wird die Verbindung aufgebaut. Hier oben sind meine Beleuchtungseinheiten vom Aquarium. Und hier unten, hier unten könnt ihr sehen, wie gegenwärtig der Zustand ist. Also zweieinhalb Meter hat er aufgewickelt. Wir haben einen täglichen Verbrauch von 37,5 Zentimeter. Das hat was mit der Verschmutzung vom Wasser zu tun. Ich denke mal, dieser Wert wird sinken. Denn dieses Wasser ist jetzt glockenklar. Das heißt, der Filter wird nicht mehr allzu viel täglich rausholen, wie es zu Anfang der Fall war. Dann wird dieser Wert wieder sinken. Gehe ich mal von aus. Aber bei 37,5 Zentimeter, 28 Meter auf der Rolle, 37,5 Zentimeter täglich, dann könnt ihr ungefähr, ungefähr sage ich jetzt mal, kommt ihr mit drei Tagen, alle drei Tage braucht ihr einen Meter. Das heißt, ihr könnt 28 mal drei rechnen. Das sind dann ungefähr die Tage, die ihr damit klarkommt. Das wären dann 60, 70, 74 Tage und das ist schon sensationell. Ich gehe mal davon aus, dass das eher mehr sogar noch wird. Eine Rolle war dabei. Ich habe mir zwei weitere Rollen gekauft gehabt und so sieht das Ganze aus. Gehe mal da drauf und dann könnt ihr sogar sehen, wöchentlich wann und wie viel Uhr er viel gemacht hat, wann er gewickelt hat, wie viel Zentimeter er da gewickelt hat. Matten Ausgabe Protokoll. Hier seht ihr genau, wann er was, wie viel Zentimeter gebraucht hat. Hier ist automatischer Vorschub aktiv, das heißt, ich möchte nicht manuell auf Knopf drücken, dass es erst weiter geht, sondern ich will, dass der das automatisch macht. Manueller Matten Vorschub, den könnte ich jetzt starten, dann wickelt er glaube ich automatisch neue Rolle installieren, dann setzt er wahrscheinlich die Werte zurück. Mehr Einstellungen, was haben wir denn da drunter? Mattenvorschub Länge, hier kann ich die Mattenvorschub Länge einstellen, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich habe es nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wie gesagt frischer installiert, Mattenvorschub Länge, ach, hier steht 2 bis 2,5 Zentimeter soll er immer machen, das kann man wahrscheinlich verlängern, dass er dann mehr durchzieht und grundsätzlich sauber ist, damit wird man dann erreichen, dass das Ding nicht des öfteren anspringt, sondern eine größere Strecke an sauberer Matte im Red Sea ReefMate durchgezogen wird, also nicht diese 2 Zentimeter läuft dann wieder ab, sondern einmal komplett die Länge kann man wahrscheinlich einstellen, was weiß ich, End-of-Roll-Monitor Aha, hier kann man einstellen, wie viele Tage vorher einen warnen soll, Position Antriebseinheit rechts, jawohl, ist auch richtig, Modell Bearbeit ReefMate 500, hier kann ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt umstellen würde, ich würde mir den größeren holen, könnte ich hier wahrscheinlich auswählen, zwischen den beiden, Positionseinheit, Antriebseinheit, ihr habt gesehen im Video, dass ich die umgesteckt habe, dass ich die Wickeleinheit auf die rechte Seite gesetzt habe, die war ursprünglich, glaube ich, in der ursprünglichen Version auf linken Seite vorgesehen, ich habe es auf rechts umgesetzt, ich weiß gar nicht, ob ich die auch auf rechts gestellt habe, oder ob das die Software gemacht hat, ich weiß es nicht, neue Rolle installieren, kann ich hier sagen, neue Rolle rein, ist klar, selbsterklärend, soviel dazu, ich finde das sensationell, ich bin zwar jetzt im WLAN, aber ich kann überall von der Welt aus sehen, wie viel ich noch an Restmaterial auf meiner Rolle habe, ich sehe gerade, ich hätte meinen Wickelautomaten auch mit einem ordentlichen Namen versehen können, das habe ich irgendwie zu Anfang an der falschen Stelle versäumt, hier, das ist die Werkseinstellung, sozusagen Werksnummer, hier habe ich versäumt, kann man wahrscheinlich auch irgendwo im Menü einstellen, also, diese Software ist selbsterklärend, wie geht das so Ganze, der ReefMate fängt an zu blinken, man geht in diese Handy-Software rein, in diesem Fall ist es mein iPhone, gehe dort auf Einstellungen, gehe auf WLAN, sage, dann wird dieser ReefMate hier im WLAN angezeigt, ich wähle den an, habe das Standardpasswort von Red Sea einzugeben, steht in der Anleitung, dann wird die Verbindung hergestellt von dem guten Stück und man geht wieder in diese Software rein und dann wird man noch nach ein paar Dingen gefragt, wie lang die Rolle ist und ein paar Dinge muss man halt eingeben und das war's und schon läuft das Teil wirklich sagenhaft gut. Ich bin echt begeistert, die Software von Red Sea ist genial, so ähnlich genial wie das hier auch, wie ich das gewohnt bin von meiner Beleuchtungseinheit, das kennt ihr auch vielleicht von Tom Skorellen, der hat das mal vorgeführt, hier kann man genau sagen, wann Mond liegt, Weißlicht, Blaulicht, welche Phase, wie stark, alles, man kann hier Klima, Klimatisierung einstellen, Mondzyklen, Sonnenaufgangssimulation, kann man alles einstellen, das ist jetzt aber die Lampe, aber bei diesem Wickelautomaten ist das ähnlich, da kann man wirklich jeden Popanz einstellen, wer das möchte, ich kann nicht auf Monat gehen, hier sehe ich dann den Diagramm, wie das monatlich mit meinem Verbrauch aussieht, sieht man, installiert, dann hat er das Wasser sauber gemacht, da gelangt und jetzt fällt es langsam wieder, das heißt, ich gehe mal davon aus, der wird sich irgendwo in der Mitte kalibrieren, so gegenwärtig hat er ja im Durchschnitt 37,5, ich denke mal, das wird irgendwo vielleicht bei 35 Zentimeter am Tag landen, hängt ja davon ab, wie stark das Wasser belastet ist, so, also, die Installation der Software des ReefMate 500 in der App ist wirklich super easy, startet das Ding, ich glaube, man musste in der Anleitung noch eine Taste fünf Sekunden drücken, da fängt eine bestimmte Lampe an zu blicken, blinken, geht in euer Handy rein unter Einstellung, wählt im WLAN den ReefMate aus, geht zurück in eure Software und dann gebt ihr das Standardpasswort ein, das euch Red C4 vorgibt und dann seid ihr auch schon soweit durch, gebt noch ein paar Parameter wie Rolllänge an, was weiß ich und das war es auch schon und schon läuft das gute Stück und ihr könnt jederzeit per Handy überprüfen, Mensch, habe ich noch genug, ich sage immer Klopapier auf dem Automaten, ja, das könnt ihr permanent überprüfen und ihr kriegt auch eine Short Message, wenn das Ding zu Ende geht. So, das war es von meiner Seite zu diesem ReefMate, ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, ich habe da schon mal das T-Shirt gesehen, mega Lodon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von diesem ReefMate richtig begeistert, also ich muss ehrlich sagen, was die Automatisierung an dem Aquarium angeht, muss ich ehrlich sagen, das Ding hat mir so richtig viel Arbeit abgenommen, denn ihr müsst euch vorstellen, vielleicht habt ihr selber diese Caps unten drin und dann wechselt ihr im Schnitt alle drei Tage die Caps und obwohl ich die alle drei Tage gewechselt habe, waren immer Schwebstoffe im Becken drin und seitdem ich diesen ReefMate habe, das Wasser ist glockend klar, da ist nichts drin, da ist kein Dreck drin, das ist super, super sauber. Ich hatte heute Morgen, bin ich mal so ein bisschen durch den Sand gegangen, um dann irgendwelche Schwebstoffe aufzuwirbeln, die hat er reingezogen, die sind relativ schnell abtransportiert worden und sind dann auch unten im ReefMate gelandet, das Wasser ist super schnell wieder klar geworden, super, super schnell klar geworden, hin und wieder hört man den Motor, wenn er zieht, das ist ein kurzes Surren, dann zieht er die Matte etwas weiter, ist aber nicht störend, muss ich ganz ehrlich sagen und die Arbeitsersparnis ist einfach phänomenal, muss ich ganz ehrlich sagen, einmal die Geschichte, was ich euch in einem der letzten Videos gezeigt habe, mein Nachfüllreservoirbecken, was ich aufgestockt habe auf 30 Liter, der Futterautomaten oben drin und jetzt diese ReefMate, diese Filtergeschichte, das hat mir den Arbeitsalltag in meinem Aquarium deutlichst vereinfacht. Also ich kann jetzt von den letzten zwei, drei Tagen nur sprechen, ich brauche mir keinen Kopf mehr machen. Das Wasser wird ordentlich gefiltert, alles super, alles toll, ich überprüfe hin und wieder meine Wasserwert, die im Übrigen super sind. Ich habe es schon mal gesagt, der Tipp mit dem Jod ins Wasser, einer der besten Tipps überhaupt, seitdem gehen die Korallen richtig, geben die richtig Gas. Ich habe mir wegen meinen Glasrosen, ich habe sehr viele Glasrosen drin, ich habe an irgendeiner Stelle ein bisschen versagt, die darum mich zu kümmern, relativ spät mich darum gekümmert und habe jetzt sehr viele drin. Ich habe diese Wundermani-Garnelen drin und fünf Stück an der Zahl eingesetzt, die sind verschwunden, die verstecken sich, sind nachtaktiv. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihrer Arbeit nachgehen, denn die Glasrosen werden weniger. Es ist aber nicht so, dass man sagt, man setzt die ein, zwei Tage später sind die Glasrosen weg. Ich denke mal, das ist über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Des Weiteren habe ich das Ganze als Unterstützung mir nochmal die Bergierschnecken zugelegt und zwar fünf Stück, fünf oder sechs Stück an der Zahl waren es, die habe ich mir zugelegt. Ich habe die in einem Aufzuchtbecken, die man oben ins Aquarium hängt. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da habe ich sie reingestellt und steckt die Bergierschnecken, da sind sie drin, hier oben in diesem Becken. Ich habe da auch eine Glasrose noch ein paar kleine noch dabei gepackt, damit die was zu picken haben. Die haben auch schon reichlich Eier gelegt, reichlich. Überall diese Eier, diese Spiralen befinden sich dort in diesem Brutkasten, in diesem Aufzuchtbecken für, ich glaube, das kriegt man im Internet. Es ist ein Tipp, nicht von, es ist nicht meine Idee gewesen, war ein Tipp von Tom's Korallen, der sagte, wenn man sich diese Bergierschnecken holt, setzt die rein, ist das nur teures Fischfutter. Man sollte sich so etwas zulegen und versuchen sie nachzuzüchten, damit die Anzahl der Schnecken deutlichst nach oben geht. Das kriegt man halt nur mit so einem Behältnis hin, Aufzucht sozusagen, nachträglicher Aufzucht dieser Schnecken. Die können dann, wenn sie geschlüpft sind, dann aus diesen Kasten raus ins Aquarium rein und hoffentlich sich rasend vermehren, so dass sie gegen die Glasrosen vorgehen. So, das war ein Tipp von Tom's Korallen, der hatte darüber berichtet, hat das empfohlen, ich probiere das aus, schauen wir mal. Also, das war es von meiner Seite zum Thema Automatisierung Meerwasser-Aquarium. Was die Automatisierung noch anderer Dinge angeht, ja, das Einzige, was jetzt noch kommt, ich werde mir eine weitere Förderpumpe von D-DH2, ich weiß gar nicht, komischer Name an dieser Firma, ich habe die Pumpe euch schon mal gezeigt, davon hole ich mir eine weitere, damit ich mein Jod immer schön nachts ins Wasser geben kann, denn ich möchte das Jod ins Wasser geben, wenn die Beleuchtung deaktiviert ist, denn Jod kann keine Beleuchtung haben, so habe ich das im Internet gelesen, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, ich möchte, dass diese Dosierpumpe nachts, wenn die Beleuchtung aus ist, Jod ins Wasser gibt und nicht tagsüber, ich glaube, dann geht vieles von dem Jod einfach verloren, wenn ich das reinmache. Weiß ich nicht, ich will das probieren. Also, das ist noch so eine kleine Geschichte, die ich machen will. Ansonsten, meine Wasserwerte sind traumhaft, meine Karbonathärte hat sich jetzt, dadurch, dass ich ein Konzentrat, Wasser, Karbonathärte, Konzentrat mit der Pumpe hineingebe, hat sich dieser Wert stabilisiert, muss ich echt sagen, super. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Geschichte mit dem Jod noch zu machen und die wöchentliche Dosierung mit dem von Mikrobelief, was ich euch vorgestellt habe, diesen Dünger, der heißt, Och, ich vergiss das immer. All-in-One glaube ich, heißt der. Doch, ja, diesen All-in-One Wirkstoff, der die wichtigsten Spurenelemente beinhaltet, den gebe ich natürlich wöchentlich dazu und dieses hier, das ist von Mikrobelief, Jod und Bromid. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das gebe ich täglich zu. Was ich noch suche und da brauche ich eure Hilfe. Ich habe schon recherchiert, habe nichts gefunden. Einen sehr guten Jod-Tröpfchen-Test. Ich mache das momentan so, dass ich Jod reingebe. Es soll ja sehr flüchtig sein, aber ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit, den echten Jod-Gehalt im Wasser zu prüfen, der dann auch wirklich stimmig ist. Man streiten sich so die Geister, die einen sagen, ja, mit der Tröpfchen-Methode kann man Jod nicht vernünftig nachweisen. Die anderen schwören drauf. Ich weiß nicht, auf welchen Test schwört ihr, welchen könnt ihr mir empfehlen. Das wäre mal gut, wenn ihr da in der Richtung mir einen Tipp geben könntet. Und was ich vielleicht noch so, was ich düngertechnisch machen kann, um meine Korallen noch ein bisschen weiter zu pushen. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee. Ich würde mich über jeden Kommentar in der Richtung freuen. So, das war es von meiner Seite zum Thema ReefMate 500. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat der Einbau, der Zusammenbau und der Einbau Riesenspaß gemacht und das Ergebnis spricht für sich. Also, ich bin wirklich, ihr merkt es schon, wirklich geflasht von dem Teil. Also, das war es von meiner Seite zum Thema Automatisierung im Aquarium, Thema ReefMate 500. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Borgi Tech und tschau. hier. Und Vielen Dank.